Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch. Wir sind gerade nicht in Altenstädten, sondern in Oberriert. In Oberriert. Wir haben heute ungefähr so 15 Stunden gearbeitet. Ja, am Stück. Ich habe sonst auch ein iPhone im Gesicht. Oh ja, so ist gut. Genau, wir sind jetzt hier gerade in Oberriert. Es ist ungefähr so um 4 Uhr morgens. Ja genau, wir stehen hier vorm Falken. Vom coolen Club vom Falken. Vor zwei Jahren waren wir doch auch schon mal hier. Wir waren glaube ich das eine Mal oder das andere Mal. Wir waren auf jeden Fall schon öfter hier. Man kennt uns. Wir wollten euch nur ganz liebe Grüße übersenden und sagen, dass wir hier eine Mods Gaudi haben. Die Tage waren schon der Hammer, ne? Genau, wir haben auch Tag 5 mittlerweile schon. Und ich glaube es sind noch 39, 38 Tage hier in der Schweiz. Ich freue mich mehr auf die nächsten Tage. Oh, jetzt ist das Licht auch wieder weg. Wir müssen uns ein bisschen drehen. Oh, da ist das Licht. Oder? Hier, vor den Augen am besten. So, ja genau. Und wir wollten euch einfach nur irgendwie fette Grüße da lassen. So. Wir trinken jetzt erstmal einen schwarzen Wodka mit Ist-Tee. Hast du Bock? Ne. Ich trinke eher so Wodka. Wodka. Luise macht pur. Okay, alles klar. Tschüss. Hat einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.